Morgen Barbarossa Platz, bist du auch noch wach? Hast du auch die letzte Nacht wieder durchgemacht? Wieso hast du dich damals für die Rewe entschieden? Schöne Frage. Ich glaube tatsächlich, weil mich die ganze Branche inhaltlich sehr interessiert. Und, dass ich grundsätzlich tolle Menschen habe, mit denen ich zusammenarbeite. SQL, R oder Python? Ganz klar Python. Beschreibe Analytics in drei Worten. Culture Art, Mathematik, Cleverness. Auto oder Fahrrad? Ich würde auf jeden Fall mit dem Fahrrad fahren. Musst du mit der Zunge an die Nase? Ja. Was ist dein Geheimrezept gegen Schluck auf? Äh ja, über Kopf eine Wasserflasche trinken, dann geht der Schluck auf direkt weg. Guten Morgen Barbarossa Platz, bist du auch noch wach? Alle Drinks gehen hoch und ich leg nochmal los und ich mach den Tag zur Nacht. Cool, danke Philipp. Sehr gerne.